Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Ex on the Beach Video. Auch das letzte Video, das ich vor ein paar Tagen hochgeladen habe, handelte ja von Ex on the Beach, und zwar von Alessandra, Joshua und Sharon. Wir machen auch ungefähr so weiter, denn wir gucken uns heute eine Fragerunde von Joshua an. Und da werden verschiedene Themen besprochen, unter anderem natürlich auch die Thematik mit Alessandra, aber nicht im Dreiergespann ist Sharon mit dabei, sondern die neue Aline. Und wir starten auch direkt mit der ersten Frage, die Joshua gestellt wurde, beziehungsweise die er beantwortet hat. Nämlich, jemand wollte wissen, was war da bitte mit dir los? Erst Alessa und dann plötzlich die neue, die reinkam? So, und Joshua sagt das folgende dazu. Ich kannte Alessa zu dem Zeitpunkt nicht einmal 48 Stunden und konnte somit noch nicht von ernsthaftem Kennenlernen reden. Und wenn ich mit einer Person nur oberflächliche Gespräche führen kann, dann ist das eben so, dass ich schnell desinteressiert bin. Ihr bekommt, also desinteressiert hat er auf mich persönlich jetzt nicht gewirkt, auf euch vielleicht. Also, es kann ja sein, dass wir da einiges nicht gesehen haben, denn Joshua schreibt auch, ihr bekommt von den meisten Gesprächen ja sowieso nichts mit, ihr seht ja nur, was ihr sehen sollt. Aber selbst wenn er desinteressiert war, dann hätte man doch irgendwie anders gemerkt. Also für mich kam er weiterhin sehr, sehr interessiert an Alessa rüber, zumindest wenn er mit ihr geredet hat. Nicht unbedingt, wenn er mit anderen Leuten geredet hat. So, weiterhin schreibt Joshua, man muss eben erstmal miteinander reden und schauen, wie der Vibe ist, um dann zu sagen, ob das in eine ernste Richtung gehen kann. Zumindest ist es bei mir so. Ja, das ist ja auch vollkommen richtig. So eine allgemeine Aussage, die stimmt ja auch. Aber ihr wisst ja gar nicht, wie es weitergeht und ob sich da vielleicht nochmal was geändert hat. Mal abwarten. Ihr tut alle so, als wäre ich dem Bund der Ehe mit Alessa eingegangen. Wie kann er nur direkt zu einer anderen gehen und Interesse äußern? Dieser böse Joshua. So, ich sage euch ehrlich, ich persönlich glaube gar nicht, dass das so das riesengroße Problem der Zuschauer ist, sondern eher, dass er eben Alessa das nicht so kommuniziert hat. Und ja, natürlich muss er ihr jetzt nicht sagen, ich habe doch kein Interesse mehr an dir oder die Gespräche mit dir, die sind alle doof oder so. Aber er verhält sich bei Alessa ganz anders, als er sich dann verhält, wenn er nicht mit ihr spricht. Auch dieses, oh, alle beobachten mich hier, Alessa guckt immer und Sharon guckt immer und so. Und ja, mit Sharon, das kann ich ja irgendwie nachvollziehen durchaus, weil da hat er ja wirklich gesagt, Sharon, ich möchte nichts mehr von dir. Auch mehrere Male hat er das ja ziemlich deutlich rübergebracht, finde ich zumindest. Sodass auch am Ende Sharon das nach einigen Versuchen tatsächlich verstanden hat. Aber mit Alessa ist das ja eine ganz andere Hausnummer. Da hat er nicht gesagt, er hat kein Interesse mehr. Aber gucken wir mal weiter. Wir bleiben nämlich bei dem Thema. Und zwar, warum sagst du dann, dass sie deine erste Wahl ist und dann doch die neue? Und Joshua sagt, die neue hat übrigens auch einen Namen. Ja, genau, nämlich Alin, nicht Alina, sondern Alin. Obwohl mich ziemlich viele Leute tatsächlich auch gerne mal Alin nennen. Ich weiß nicht warum, aber naja, okay. Aber nur mal angenommen, ich hätte mit Alin ein Gespräch geführt und der Vibe wäre einfach direkt auf einem anderen Level. Wieso darf ich dann nicht meine Meinung ändern? Muss meine erste Wahl immer die erste bleiben? Ich denke nicht. Nein, vollkommen richtig. Alles, was Joshua hier schreibt, ist ja auch gar nicht falsch. Dass man erstmal Gespräche führen muss, dass man seine Meinung ändern darf und so. Das ist ja alles vollkommen richtig. Aber ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie man das kommuniziert. Und natürlich muss er jetzt nicht nach einem Gespräch sofort sagen, ey Alessa, ich habe gar keinen Bock mehr auf dich oder so. Aber wie gesagt, also das, was er hier kommuniziert, zum Beispiel, dass er gesagt hat, dass die Gespräche alle oberflächlich waren, dass da Desinteresse vorhanden war und so. Das hat er, wenn er mit Alessa zu tun hatte, meiner Meinung nach nicht so rübergebracht, sondern ihr weiterhin die ganze Zeit das Gefühl vermittelt, dass sie für ihn eben die Number One ist und dass sie sich keine Sorgen machen muss an sich. Wobei ich hier aber auch Joshua so ein bisschen in Schutz nehmen möchte, denn er ist nicht so einer dieser total toxic Guys, die den Frauen alle was vormachen und die die ganze Zeit am Lügen sind und so. Das haben wir bei Sharon schon gesehen. Der hat das da ein bisschen vorsichtiger formuliert mit diesem Gerade, vielleicht, weil er sie nicht ganz doll verletzen wollte, was ja ein bisschen in die Hose gegangen ist. Aber zu Sharon war er ja größtenteils ehrlich und auch hier haben die beiden sich ja im Endeffekt darauf geeinigt, dass sie auch andere kennenlernen dürfen und so. Ist natürlich in einer Datingshow auch ein bisschen schwierig, wenn sich alle darauf einigen, dass sie, keine Ahnung, ganz viele verschiedene Leute kennenlernen dürfen. Der bringt für die Show natürlich Spannung mit rein, aber ist natürlich auch sehr, sehr gut für Konfliktpotenzial. Denn was der eine sagt, versteht der andere vielleicht falsch oder die Leute reden aneinander vorbei. Aber trotzdem möchte ich hier auch nochmal sagen, dass Joshua jetzt keiner ist, der irgendwie ganz krumme Geschäfte hinter dem Rücken macht. Es gibt da auch ein paar Sachen, die ich nicht so gut fand, wie zum Beispiel dieses ständige Wiederholen, dass er halt auf ein Date will, weil Alessa ihn beobachtet und so. Ja, ich finde, da hätte er einfach von Anfang an ein bisschen offener sein können. Aber gut, wie das dann im Endeffekt geendet hat, darauf, dass Alessa ja auch den Paddy kennenlernen darf in Anführungszeichen und Joshua, die Aline. Okay, finde ich jetzt nicht ganz so schlimm wie andere Geschichten, die wir ja auch schon gesehen haben. Wie auch zum Beispiel mit Chris. Gut, kommen wir damit zur nächsten Frage, beziehungsweise jemand hat geschrieben. Ich finde Alessa zu eifersüchtig, beziehungsweise sie spielt dich aus, weil zu ihrem Ex sagt sie ja auch, dass eins, also hier fehlt irgendwas, keine Ahnung, ne? Egal, auf jeden Fall, Joshua hat darauf geantwortet und zwar, das kommt noch dazu. Sie sagt seit Tag 1, dass sie nur darauf wartet, dass Fabi mal Gas gibt und den ersten Move bringt. Mich erst kennenlernen wollen, aber nur darauf warten, dass ihr Ex mal was macht und ihm dauernd sagen, dass da noch was ist. Macht alles nicht zu viel Sinn. Ja, also, die nehmen sich fast alle jetzt nicht ganz so viel. Ich habe auch schon einen Text dazu geschrieben bei Insta und hier im Community-Tab, was ich von dieser ganzen Sache mit Chris und Steffi und, ähm, Dings. Wie ist denn jetzt die Dritte? Elli natürlich. Ach, wie konnte ich jetzt vergessen. So, was ich von diesem Gespann halte, habe ich ja schon ein bisschen was zu geschrieben in Bezug auf Toxic und so. Ähm, und dass da ja leider Gottes irgendwie viele Frauen drauf zu stehen scheinen. Deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Aber ich glaube, bei Joshua sind viele Zuschauer einfach ein bisschen verwirrt, weil er sich in den ersten zwei Shows, in denen er war, ja ganz, ganz anders verhalten hat. Also, entweder, wir kennen ihn natürlich nur aus zwei Shows, ne, entweder war das jetzt nur eine Momentauf-Artenaufnahme und er ist generell im realen Leben auch immer ein bisschen anders gewesen. Oder er hat sich vielleicht verändert und möchte auch gerne diesen Bad Boy so ein bisschen raushängen lassen, wer weiß, ne. Aber bei Love Island damals fing es ja an mit Chiara, da hat er sich ja total auf Chiara versteift, was ja auch an sich nicht schlecht ist, aber das ist ja ziemlich in die Hose gegangen. Dann bei Aito hat er sich sehr auf Sarah versteift und wie gesagt, ich finde das an sich gar nicht so schlimm. Ich bin ja auch eher jetzt ein Typ, der, ähm, ja, wie gesagt, nur eine Person datet, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ne, nur eine Person statt halt mehrere gleichzeitig und guckt dann erstmal, wo das hingeht. Aber Joshua war halt schon immer ein bisschen sehr, sehr, sehr doll eifersüchtig. Ja, und jetzt scheint er eventuell einen Imagewandel hinlegen zu wollen. Weiter geht's. Jemand hat geschrieben, findest du es nicht komisch zu sehen, wie du von einer Frau direkt zur anderen läufst? So, und Joshua schreibt, findest du es nicht komisch, über jemanden zu urteilen, von dem du zehn Minuten aus einem Tag mit 24 Stunden gesehen hast? Achso, ja gut, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich gerade gesagt habe. Aber wie ist denn eure Meinung dazu? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Eine weitere Person wollte von Joshua wissen, warum bist du von Alessa weg? War dumm von dir? Und Joshua sagt, das war dumm? Erstmal weißt du ja gar nicht, wie es weitergeht, also chill. Und dumm ist es anscheinend, äh, nee, dumm ist es schon mal gar nicht, in einer Datingshow auch andere kennenlernen zu wollen, um zu sehen, wie der Weib etc. ist. Ja, das stimmt auch wieder, aber wie gesagt, es kommt auch immer darauf an, wie man das Ganze kommuniziert, wie man miteinander umgeht und so. Na, da fand ich jetzt bei Joshua auch nicht immer alles optimal, aber da gibt es auch viel, 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 viel schlimmere Kandidaten. Aber was diese Person hier geschrieben hat, dass das dumm von Joshua war, das würde ich so gar nicht unterschreiben. Ich finde Alessa, ja, ist eine wunderschöne Frau. Charakterlich bin ich jetzt kein Hater, so wie viele andere. Also es gibt ja wirklich viele Leute, die Alessa fast schon hassen oder sie wirklich super, super doof finden. Und bei mir ist es auch so, dass es die eine oder andere Aktion von Alessa gab, die ich auch alles andere als cool fand und überhaupt nicht in Ordnung. Aber, ähm, ja, ich bin ihr gegenüber eher neutral eingestellt. Also es ist weder so, dass ich sie total toll finde, aber es ist auch nicht so, dass ich sie absolut nicht leiden kann. Nichtsdestotrotz geht es doch da nur Joshua etwas an, wer wohl zu ihm passt. Und jetzt zu schreiben, war dumm von dir, von einer Person, die anscheinend Alessa richtig, richtig toll findet, heißt ja nicht, dass das unbedingt für Joshua das Richtige sein muss. Für Joshua kann vielleicht eine andere Frau besser in Frage kommen, ganz egal, wie toll die Alessa ist. Ja, Leute, ich glaube, ich hätte mir mal lieber diese Fragerunde auch selber bis zum Ende angucken sollen, dann hätte ich das nämlich nicht alles hier vorweggenommen. Denn jemand hat auch geschrieben, hä, wenn Joshua es mit Alessa nicht mehr will, sondern mit der Neuen, dann ist das seine Entscheidung. So, und Joshua sagt falsch, ich war doch zu dem Zeitpunkt schon mit ihr verheiratet, wurde wohl nicht ausgestrahlt. Okay, dazu habe ich, glaube ich, auch mittlerweile schon alles gesagt. Kommen wir weiter zur nächsten Frage. Wieso versuchen einige, aus einem ehrlichen, sympathischen Mann wie dir einen Aufreißer zu machen? So, und er sagt, mal ganz abseits von der Fragerunde, danke. Für die ganz positiven Nachrichten kann ich da alle beantworten, aber will euch hier einmal Danke sagen, dafür liebe ich euch. Gut, das war ihm anscheinend wichtig, das auch einmal hier zu posten, wie halt so die Gegenmeinungen sind, weil er sehr, sehr viel Negatives gepostet hat und er auch sehr, sehr viel Kritik bekommt. Und auch ich finde, dass Joshua ein ganz netter an sich zu sein scheint, das fand ich auch schon bei Love Island, das fand ich auch schon bei Aito. Auch hier finde ich ihn nicht so verkehrt, wie wahrscheinlich der ein oder andere. Nichtsdestotrotz habe auch ich das Gefühl, dass es Joshua sehr, sehr gut gefällt, wie er bei den Frauen ankommt, was ja durchaus sehr, sehr gut ist. Wir wissen ja aus anderen Shows, dass Joshua damals leider zu Schulzeiten auch gemobbt wurde und dass einer der Gründe war, warum er eben diese Transformation optisch hingelegt hat, was da jetzt innerlich passiert ist. Mental, ob er da auch irgendwie dran gearbeitet hat, das weiß ich jetzt nicht, aber er meinte mal, dass das wohl der Grund war, warum er sich optisch eben so verändert hat. So, und jetzt kommt er eben super gut bei Frauen an und ich glaube, dass ihm das auch einen sehr, sehr großen Ego-Boost gibt. Zumindest ist das das Gefühl, was so bei mir ankommt. Und weiter geht's. Ein anderes Thema. Wie lang ging circa der Stress am Abend zwischen Fabi und Janine? Ja, das fand ich ehrlich gesagt ziemlich witzig, wie Joshua mit Alessa da saß und die beiden eigentlich über ihre eigene Sache geredet haben, aber dann auch nichts verpassen wollten, was da zwischen Fabi und Janine abgegangen ist. So, aber das ist ein anderes Thema. Also, ich fand's mega unterhaltsam. Endlich ist mal jemand lauter geworden, hat irgendwie komplett gefehlt in der Staffel bisher. Ja, da ist auf jeden Fall ordentlich die Post abgegangen, das stimmt. Was ich aber hierzu mal eben sagen wollte, ist, dass mich dieser Stress ein bisschen überrascht hat. Ich will mich hier auf gar keine Seite schlagen, aber ich fand's ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen, wie Janine auf einmal abgegangen ist. Und für mich kam es so rüber, als hätte es von Anfang an immer nur Janine und Fabi gegeben. Und sie hat ja auch des Öfteren gesagt, ja, nur weil ich da einmal mit dem Christian, wie heißt der, Christian oder Christoph, Christian, ne? Weil ich da einmal mit dem Christian rumgemacht habe. Aber das war es ja nicht nur, ne? Klar, die haben da rumgeknutscht, okay. Aber die haben sich ja auch weiter intensiv kennengelernt. Und wir haben doch erst in der letzten Folge das Gespräch gesehen, wie dieser Christian total besoffen Steffi angemacht hat. Und das dann da die ganze Zeit hin und her ging, bla bla bla. Und dieser Christian dann eben da oben an der Treppe zu Janine, mit Janine geredet hat. Und zu ihr gesagt hat, nein, du bist immer noch meine Nummer eins und bla bla bla. Und sie war dann wieder besänftigt, ne? Also da war doch viel, viel mehr als nur dieser eine Kuss. Zu Fabis Verteidigung, auch wenn ich kein riesengroßer Fabi-Fan bin, muss ich auch hier sagen, dass ich nicht verstanden habe, warum Janine nur darauf beharrt, dass sie nur diesen einen Kuss da mit Christian hat stattfinden lassen. Obwohl da ja viel, viel mehr war und viel, viel mehr als Fabi überhaupt mit anderen Frauen hatte. Denn Janine war ja schon in dieser intensiven Kennenlernphase mit Christian, wo Christian gesagt hat, du bist meine Nummer eins. Und das hatte Fabi ja noch gar nicht. Weiter geht's. Jemand hat nämlich geschrieben, verstehe Sharon nicht. Du hattest ganz klar und deutlich kommuniziert. Ja. Und dazu sagt Joshua, glaub mir, niemand versteht es. Ähm, ja. Ich habe ja zu diesem ganzen Thema bereits ein Video hochgeladen. Das habe ich vor drei, vier Tagen, glaube ich, gepostet. Falls euch das Thema interessiert, schaut da gerne mal rein. Da geht es auch um Alessa, da hat sie auch etwas zu dieser Thematik gesagt. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen, warum man sagt, ich verstehe Sharon nicht. Aber ich glaube, wenn man vielleicht mal selber in der Position war, wo man in jemanden verknallt war und auch wenn der Kopf wusste, der steht eigentlich nicht auf mich, dann hat das Herz oder der Bauch da manchmal vielleicht ein Wörter, was reininterpretiert, was eigentlich gar nicht da war. So wie Sharon das mit dem Wörtchen gerade getan hat. Joshua hat zu ihr gesagt, ich kann dir das nicht zurückgeben. Gerade. Und dieses gerade war tatsächlich auch das letzte Wort in dem Satz. Und ich habe die Vermutung, dass er das noch drangehängt hat, einfach weil ihm das auch leid tat, diese Message rüberzubringen. Weil er wusste, dass er sie verletzt und das damit ein bisschen abmildern wollte. Aber dass Sharon sich eben auf dieses Wort versteift hat, auf dieses Wort, dass das so abmildern sollte und nur gehört hat, ich stehe gerade nicht auf dich, aber vielleicht später irgendwann nochmal. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Frage in dieser Fragerunde. Bist du unzufrieden mit dem Schnitt? Und Joshua sagt, nein, gar nicht. Wird schon alles so gezeigt, wie es war. War halt selbst manchmal ein bisschen goofy unterwegs passiert. Aber am Ende des Tages ist in meinen Augen bis jetzt auch gar nichts Verwerfliches passiert. Ich entscheide mich in einer Datingshow dafür, auch eine andere kennenzulernen. Wow, wie tragisch. Ich glaube, dass die Auswahl dieser Frage ganz, ganz, ganz eventuell noch ein zusätzlicher Seitenhieb auf Alessa sein sollte. Weil nämlich Alessa schon ein, zwei Mal in ihrer Story immer wiederholt hat, dass man ja den Schnitt bedenken soll und dass halt nicht alles gezeigt wird. Und dass halt manchmal auch etwas anders von der Produktion aus rüberkommen soll, als es vielleicht in Wirklichkeit war. Und da hat sie ja auch mit Fabi schon einmal drüber gesprochen. Und deswegen ist bei mir einfach der Eindruck entstanden, dass das hier nochmal vielleicht ein kleiner Seitenhieb gegen Alessa sein soll, um den Zuschauern zu zeigen, nein, nein, lasst keine Ausreden gelten. Die Produktion zeigt das schon alles so, wie es eigentlich war. Aber eventuell ist es auch so, dass ich da einfach wieder ein bisschen viel reininterpretiere, ne? Vielleicht war das ja wirklich nur ganz allgemein gemeint und kein Seitenhieb gegen irgendwen. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von dieser ganzen Fragerunde haltet, was ihr von, ja, dem neuen Dreiergespannen Alessa, Joshua und Alin denkt. Ich bin sehr gespannt auf eure Gedanken. Und bevor ihr geht, erinnere ich nochmal dran, wenn ihr schreibtvoll seid, ist das auch kein Problem. Aber bevor ihr den Browser hier schließt oder das Handy abschaltet, hinterlasst doch gerne eure Lieblings-Emojis, Herzen, Smilies, was auch immer in der Kommentarspalte. Das dauert nur zwei, drei Sekunden und gebt mir nochmal einen ordentlichen Push für meine Reichweite. Vielen lieben Dank für alles und bis zum nächsten Mal. Tschö!